Was geht meine Freunde hier wieder zurück bei Castle Crashers, ja geht voll ab ey. Yo 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 yo. Hallo und willkommen zurück. Nein, den will ich nicht. Guck mal ein Vetter. Guck mal ein Vetter. Dein Vetter? Ja mein Vetter. War Vetter nicht Cousin oder so? Ich weiß gar nicht dass du ein Vetter hast. Ein Vetter war Cousin oder? Ich glaube ja. Ja wo bist du Cousin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung ich bin nicht so sprachversiert. Also eigentlich schon aber. Da nicht. Wird einfach nur trampelt. Hat keine Manieren Alter. Keine Manieren. Wer genau? Der Vetter. Das kann ich auch guck mal. Ich nicht mehr. Ja. Du musst die Kirschen natürlich haben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der beste Gegner überhaupt nicht. Nicht. Weil ich glaube diesmal kann ich ihm ganz gut ausweichen. Wenn alles so klappt wie ich es mir vorstelle. Oh nein. Oh nein. Achja das war ja so das. Ja. Klar. Oh jetzt treff ich den schon wieder nicht. Ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Ist irgendein Grund. Jetzt treff ich den ja nicht. Ah wir können das Pokkorn essen. Ja das ist ein Vorteil. Ich leck mir doch die Nüsschen man. Nein. Wie er instant seine Flügel runter macht wollte ich gerade sagen. Nüsschen. 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 Du hast es mit deinen Nüsschen hast es aber auch ich ne. Ich und meine Nüsschen. Das gibt's doch nicht. Du bist doch einfach überpowered. Boah wie lange wir letztes Mal dafür gebraucht haben. Aua. War richtig. Warum treff ich den jetzt schon wieder nicht. Wieso treff ich den nicht ist hier die Frage. Hä? Au. Ist der bei dir auch irgendwo rumgeglitcht? Nein. Bei mir war er weg und dann wieder da. Strange. Ja. Ja. Hier brennt. Mann. Warte mal ich kann doch. Oh. Ja toll. Ja. So machen wir ihn 43 Schaden. Das ist schon mal besser. So. Gehen wir raus. Ich muss dich leider enttäuschen. Das ist jetzt die letzte Aufnahme für heute. Ja. Ist okay. Ist okay. Nein. Ich kenn die Gründe. Dann ist es gut. Aber den machen wir noch fertig. Den machen wir noch fertig. Den machen wir noch fertig. Das steht fest. Das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin. Ja. Ich glaub sogar besser als letztes Mal. Aber wir letztes Mal total abgeraged sind. Weil wir den nicht getroffen haben. Ey. Jetzt geht's aber auch schon wieder los. Ja. Das letzte bisschen ist immer. Alter. Jetzt lässt er sich wieder nicht treffen. Jetzt kommt er kurz hoch. Und dann. Ja. Komm. Komm. Ein bisschen. Ist dir aufgefallen, dass er eine Unterhose trägt. Ja. Das hast du mir letztes Mal schon erzählt. Also. Verstört dich wahrscheinlich. Irgendwie schon. Alter. Der kann mich noch nie erreichen. Auf der Entfernung. Ich mach diesen Hechtsprung. Jetzt zieht's 24 ja. 43 meinst du? Echt? Ja. Ich werd einfach nur mit mir gut drauf spammen. Vielleicht bin der. Ich hab ihn doch getroffen, Mann. Jetzt ist's. Ist doch gut. Ich bin tot. What the fuck? Ja. Rage doch einfach nur ab, Mann. Alter. Oh mein Gott. Geht doch. Ja. Die Geräusche sind auch einfach nur geil. Ja. Alter. Ich will das Popcorn mitnehmen. Ein Horn. Ich glaub das geht nicht mehr mehr. Sobald wir fertig sind. Weiß ich nicht. Ja. Wenn du einfach nur 200 XP merkst. Ja. Ich will jetzt grad ganz schön ab, würde ich sagen. Ja. Jetzt kommen wir erstmal wieder. Pünkel vergeben. So. Dann war's das würde ich sagen. Jo. Noch mal schnell Haid tränke. Gleich für's nächste Mal. Das mach ich nächstes Mal. Das mach ich nächstes Mal. Das mach ich nächstes Mal. Obwohl jetzt erstmal gleich eins fangen. So. Was machen das Schwein? Haben die auch noch Sandwiches? Peggy macht Nahrung. Peggy macht Nahrung, die mehr Gesundheit gibt. Ah das ist ja geil. Ja. Oh. Na gut. Na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bekauze. Krusher. Jo. Tschüss. Tschüss.